ja ich habe gerade keine ahnung wo wir sind aber hier gibt es ein bergwerk volle rose wir haben gedacht das nehmen wir jetzt auch noch mit mal schauen wie das wird aber es schaut schon mal interessanter aus als das andere heute ilmenstadt glaube ich heißt das hier ich weiß es gerade nicht das hat doch jemand richtig interessant aus naja bergwerk und das haben wir denn da die aussie kühe so wie es ausschaut sind wir jetzt hier auf jeden fall am eingang vom schaubergwerk jetzt haben wir neun euro gezahlt musste aber auch kurz warten für die besichtigung und jetzt ist so eine bahnfahrt also man kann hier irgendwie mit der bahn fahren dann haben wir gesagt da sind wir alles mit jetzt schauen wir uns noch kurz diese diese kleine ausstellung dort an und dann gehen wir wieder zurück nach der befahrung und da haben wir doch was interessantes stehen ein alter diesel von deutz ich weiß nicht ob der noch läuft gute frage glaube ich ja nicht da haben wir einen generator dazu also sprich der diente zur stromerzeugung da haben wir eine schienenbiege maschine interessant also sprich die haben ihre schienen selber gebogen wenn sie die gebraucht haben da haben wir eine flotationsmaschine zur aufbereitung von flusssport baujahr 1956 im übrigen und das ist eine schienenbesine dann kann sich eine pedale treten und kann es losradeln das problem ist da liegen die peter zu losradeln die wächst aber das geht nicht gut dann lassen wir das so schaut das eigentlich aus wenn es ganz ist genau so was haben wir jetzt da schaut aus wie irgend der diesel oder sowas wahrscheinlich zum antrieb von irgendwelchen sachen ich habe keine ahnung das weiß ich nicht oder nein das ist ein kompressor jetzt habe ich es da ist der antrieb die riemenscheibe das war zweistufiger kompressor gewesen jetzt haben wir es gut da haben wir eine kleine dampfmaschine so wie das ausschaut die schwungräder das ist ein backenbrecher das ist sehr interessant das ist praktisch da via elektromotor über riemen angetrieben worden und da drin das sind die backen back 1 back 2 dann hat sich das dort gedreht und das sind die backen so hin und her gegangen und das ist eine kleine kleine stelle die kanzler offen bleiben ach ja wirst du in die kala am wohnen stehen in ilmenau obwohl das jetzt genau ist kann ich auch nicht sagen irgendwo in thüringen das rei ich mich jetzt schon drauf volle rose nicht volle rose Gehen wir mal vor zum Eingang. Zuerst zur Kasse, weil da müssen wir jetzt hin. Die Führung beginnt in 10 Minuten und dann schauen wir mal, was auf uns erwartet. Macht schon mal einen guten Eindruck. Und dann schauen wir uns den Rest hier an. Draußen steht auch noch ein bisschen was. Hier haben wir noch so einen uralten Bagger. Aber der schaut mal richtig toll aus. Den haben sie wieder richtig schön hergerichtet. So wie der ausschaut, ich glaube der funktioniert sogar. Und der Bagger der ist aus DDR-Zeiten. Den kenne sogar ich noch. Das ist eigentlich ein Kohlebagger. Da haben wir noch einen Bagger, der eher nicht mehr so gut ausschaut. Aber ich glaube, wenn man den wieder ein bisschen herrichtet, dann funktioniert der auch wieder. Da haben wir noch ein paar Lokomotiven stehen. Alles Dieselloks. Was das für Fabrikate sind, weiß ich nicht. Aber das ist eine Deutz. Das ist schon mal was Besonderes. Ob da in den anderen Lokschuppen noch was steht, weiß ich nicht. Aber da, was da drauf steht, das kann man praktisch da auf denen schieben. Da sie herschieben. Das schiebt man dann da davor. Und dann kann man da mit der Lok runterfahren. Ich bin der Vorsitzende des Bergbauvereins Show Total TV und möchte Sie im Namen der Stadt von Wiesen und unseres Vereins. Ihr ganz herzlich in unserem Schaugerbjag volle Hose begrüßen. Schau. So, das ist jetzt unser Taxi, muss dann weiterfahren, meine Frau hockt schon drauf und ich komme jetzt auch gleich. So, bleiben wir da hocken, oder? Nein, ich wollte gerade von der Wand sagen, ich glaube. Gut. Das Ding hat geknirscht. Achtung, so geht es gleich. Krass. Oh, cool. Oh, cool. Wow. In die Richtung hier geht es noch ein Stückchen weiter, so ungefähr nach 4,3 Kilometern erreicht man die Zentralanlage im Schwumsetal bei Gehrn, die wir im Film ja gesehen haben, und von da geht es noch mal 3,5 Kilometer weiter. Wollen wir jetzt nicht hin, weil wir müssten schwimmen und tauchen, steht alles unter Wasser. Okay. Ja, seit 2005 gehört es dann auch noch der Phoenix-Russ und Schwerspalt GmbH, die haben die Lagerstätte übernommen, denn zu der Zeit war der Preis wieder 450 Euro für eine Tonne angestiegen auf dem Wettmarkt. Ja, man hat dann drei Jahre gebraucht, wegen dem neuen Verfahren brauchte man wesentlich größere Aufwältigung. Ja, und so hat man bis 2008 gebraucht, ehe man mit diesen großen neuen aufhauen, dieser Mineral war. Abgebaut haben sie uns so hoch, muss er noch mal. Ja, den ist es von unten nach oben aus dieser Spalte herausgenommen. Mache ich das so, muss ich immer auffüllen, was ich hier gemacht habe, sonst kann ich mich da nicht wahrstellen. Das ist ein bisschen umständlich, und deshalb wurde das Ende der 50er Jahre geändert, dass neue Verfahren heiß Scheibenbrot waren, und mit diesem Verfahren haben wir das Mineral dann von oben nach unten über 100 Meter Abschnitte aus der Spalte herausgenommen, und die Hohlräume, die dann da bald entstehen, dann leer. Bevor wir uns das Mineral anschauen, ganz grob, wie ist das denn so ein Abwälzer? Ich arbeite noch mit drei Schichten, also dauert er acht Stunden und beginnt immer mit Seilfahrt. Haben wir auch gesehen, einsteigen in diesen Vorderbohrkorb, ne, und euch schnell geht's in die Tiefe. Ziemlich schnell. Ja. Da wo wir arbeiten, steigen dann auch aus. Die Rucksäcke mit dem Sprengschirm am Rücken. So, und jetzt geht's zum Zug. Sind alle da, fährt er dann auch ab ins Revier. Auf unserem Arbeitsplatz steigen wir zwei aus, wir sind das in der Regel zu zweit. Die Rucksäcke können abstellen, wir messen wie viel Mineral ist da und zeichnen das Sprengschema an. Wie ihr das hier mal sehen, also in der Regel sind 25 Bohrlöcher. Und nur die Abstände sind natürlich größer, weil wir nehmen in der Höhe schon mal generell 2,50, da brauchen wir nämlich noch keine Leiter dazu. Ja, und in der Breite gibt ihr dann immer das Mineral vor, was noch hängt. Und wenn der Breite hängt jetzt ab, wie tief muss ich die Löcher bohren und das liegt dann zwischen 1,60 Meter und 2,50 Meter. Zwei dieser kräftigen Bohrmaschinen hier, ja und dann schaffen wir die 25 Löcher in einer guten Stunde maximal anderthalb. Damit wir ein kleines Gefühl kriegen, wie das ist mit so einem kräftigen Gerät. So bohren tue ich es mal. Ja, nicht erschränken, aber er fühlt sich die Rohre natürlich ruhig mal zuhalten, es wird ordentlich laut. Und mit so einem Gerät und Druckluft zieht er sich jetzt den Schlitten mit dem Holz zu sich auf den Arbeitsplatz. Zum demonstrieren, vor der Lok liegt so ein Gewicht, das ziehe ich jetzt mal Richtung Decke. Abfangen, ausladen und dann geht der leere Schlitten wieder. Zu meinem Kollegen. Ich kann das bloß noch wiederholen, bis wir alles haben. Ja, damit wir mal das Mineral sehen, steigen wir auch noch ab und machen mit mir noch einen kleinen Spaziergang. Ja. So, dann bitte mir mal fein. Wenn wir jetzt hier reinschauen, dann sehen wir das Glitzer, grünlich, gräulich, bläulich, Lina. Das, was da so glitzert, das ist das Mineralflussspot, was wir gerne haben möchten. Das ist zu wenig, aber schön zu sehen. Wäre es aber wesentlich mehr, wäre es eben auch weg. So hat es sich nicht gelohnt. Schaut aber toll aus. So, wenn wir uns angeschaut machen, dann machen wir noch ein kleines Schuttchen weiter. Wenn wir an die Ecke schauen, sehen das hier nochmal ganz schmal. Auch das ist wie der Flussspalt. Beide sind schmale Spältchen, die eins gemeinsam haben. Irgendwo reichen beide dieser Spalten noch sechs Meter in die Richtung und da treffen die auf den Hauptkant. Und alles, was da eine Verbindung hatte, als der Solrahmen wurde mit aufgefüllt, weil das Mineral kam ja flüssig. Für uns zum Glück noch einmal gelohnt hat es sich erst ab einem Meter, Meter fünfzig. Deshalb ist das noch da, wir konnten es uns anschauen. Denn zu dem Hauptkant, da brauchen wir nicht hin. Weil da hat es sich ja gelohnt. Es war breit genug. Ja, und damit ist der aber auch schon bis auf 200 Meter manchmal noch ein Stückchen tiefer unter unseren Füßen leer. Da keiner mehr abbaut, hat keiner die sechs Millionen zum Wasser abpumpen. Und damit steht das Wasser bis zu unseren Füßen. Wir haben also keine Chance, dort was zu sehen. Füßen. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir sind jetzt 360 Meter ins Bergwerk reingefahren und jetzt machen wir noch eine Rundtour mit der Bahn. Oh, ich freue mich. Hocken wir uns da hin? Ich weiß nicht in welche Richtung wir fahren, aber ich schätze in die Richtung fahren wir. Ich würde sagen wir hocken uns da hin. Mein Kissen. Oh, ich freue mich. Das hat jetzt Spaß gemacht. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben jetzt genau eine Stunde und 40 Minuten gebraucht, haben pro Person 9 Euro gezahlt, 1 Euro Fotoerlaubnis, was soll ich aber sagen, das hat sich gelohnt. Das hier war richtig Hammer, geil, super, toll. Mir hat es sehr gut gefallen, also das mit der Zugfahrt, das Einfahren im Berg, der Film, man sieht viel, man lernt viel, es gibt auch wirklich Technik zum Anfassen. Was man wirklich sagen muss, und das ist meine ehrliche Meinung, die haben ein paar Mitglieder, aber das ist halt leider Gottes mittlerweile so ein bisschen am Aussterben. Also wer hier in der Nähe wohnt, 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 Mitglieder dringend gesucht, für mich ist es leider in der Hinsicht uninteressant, weil ich zu weit weg wohne, ansonsten würde ich wahrscheinlich sofort eintreten. Also es ist eine Reise wert, absolut empfehlenswert, die 9 Euro sind super angelegt, man muss sich das wirklich mal anschauen, man muss das erlebt haben, das ist absolut genial. Das stimmt, ja eineinhalb Stunden, also eine Stunde und 40 Minuten genauer gesagt, haben wir jetzt mit denen komplett eine Führung gehabt, eine halbe Stunde haben wir uns noch draußen umgeschaut, weil da gibt es auch so viel zu entdecken. Mann, das hat sich richtig gelohnt hierher zu fahren, wow, es hat Spaß gemacht, mir ein kleines Andenken mitgenommen, eine Eule, die hat mir irgendwie gefallen. Ach super, aus welchem Material war die nochmal? Pyrite. Pyrite, aber super, also es lohnt sich hierher zu fahren und keine Schulkinder und eine Gaststätte gibt es auch, die schaut von innen auch schon toll aus. Man kann nicht mehr sagen, außer das muss man mitnehmen, hat Spaß gemacht, also dann, ciao. Ciao, servus. Pyrite. 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 Pyrite.